Hallo und herzlich Willkommen zu Bauherrn-Wenneswerden.de, die Anlassstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr, wie müsst ihr dabei helfen, Bauherzwerden. In der heutigen Folge möchte ich über den Garten sprechen. Der Frühling ist schon da, der Sommer steht vor der Tür und da ist es natürlich legitim zu sagen, hey, was ist eigentlich mit dem Garten? Also, lasst uns starten. Das Thema ist natürlich besonders interessant, weil der Garten oftmals eine Sollbruchstelle bietet. Und zwar eine Sollbruchstelle dahingehend, dass man sagt, okay, ich baue erstmal und der Garten kostet mich beispielsweise im Budget 30.000 Euro. Und diese 30.000 Euro dienen ganz oft als Puffer. Denn dieses Puffer kann dazu genutzt werden, dass, wenn jetzt Unvorhergene Sehnes kommt und man seinen Puffer für den Hausbau bereits ausgereizt hat, dann wird auf den Garten ganz oft verzichtet und man lebt im Provisorium. Der Vorgarten, geschmückt mit Paletten, ist da kein Einzelfall. Und man sieht diese Paletten dann oftmals auch, ja, nicht nur ein, sondern gern mal zwei oder drei Jahre stehen, die dann dazu dienen, ja, zu überbrücken, bis man die Pflasterarbeiten erledigt und dann auch zum Schluss den Garten anlegt. Da ist es so ein bisschen, und da unterscheiden sich so die Bauherrschaften, ja. Also die einen haben den grünen Daumen, die wollen natürlich unbedingt dann einen Rasen haben, den Garten angelegt haben, damit alles schön grün ist und passt. Und die anderen haben das eben nicht und haben keinen hohen Stellenwert, was den Garten anbelangt. Und die lassen es dann gerne schweifen und pflanzen dann vielleicht auch gar nichts an, ja, oder vielleicht mal doch einen Rasen, aber das dann, ja, mit keinem hohen Fokus. Also ganz oft wird einfach das peu à peu gemacht, sodass man dann eigentlich hingehen kann und sagen kann, okay, wir machen das, wenn wir das Geld dann wieder drin haben, weil der Puffer des Gartens wurde ins Haus reingesteckt, beispielsweise. So, und je nachdem, was für eine Gartenfläche man hat, und das ist natürlich wichtig für den Einstieg, muss man natürlich auch wissen, was sollte ich denn für den Garten einplanen. Und da ist es so eine Daumenregel, 40 bis 100 Euro auf den Quadratmeter kommen da schnell zusammen. Ja, also natürlich ist es eine große Spanne und ein Grundstück mit 600 Quadratmetern ist dann relativ schnell bei 16.000 bis 40.000 Euro. Deswegen sollte man da immer gucken, wie sich das Ganze verhält. Wie ich ja anfangs gesagt habe, ja, so 30.000, also 20.000, 30.000 Euro sollte man für den Garten mit einplanen. Von vornherein einfach mit einplanen, ja. Und mit Garten meine ich jetzt nicht die Pflasterfläche vor der Garage und die Einfahrt, das ist etwas Separates. Das ist dann die Vorfahrt. Pflasterarbeiten, ja. Aber der Weg beispielsweise im Garten, der gepflastert wird, der war dann doch mit dabei. Im Gartenbudget. So, genau. Also so grober Daumenwert. Ich würde so von 100 Quadratmeter ausgehen. Wir haben jetzt in der Regel nicht Grundstücke, die 600 Quadratmeter haben, sondern halt vielleicht irgendwo 350, 300 Quadratmeter und dann sind wir irgendwie bei 30.000, 35.000 Euro als groben Daumenwert, wo man sagt, okay, das machen wir so. Und dann kommt es natürlich immer darauf an, weil das, die Gartenplanung ist sehr, sehr individuell. Was will man denn tatsächlich haben? Will man Bäume pflanzen? Muss man vielleicht auch Bäume pflanzen? Also ganz oft ist ja auch so, in den Bebauungsplänen wird vorgeschrieben, dass beispielsweise diese Gehölzer oder diese Bäume gepflanzt werden müssen. Dann musst du einen Baum pflanzen. Und du kannst dann aber nur, also da, wo du dann sozusagen Geld sparen kannst, ist bei der Auswahl der jeweiligen Pflanze, je exotischer das Ganze ist, desto teurer, natürlich. Das heißt, einheimische Gehölzer verwenden, zahlt sich aus, nicht nur preislich, sondern was auch die Langlebigkeit anbelangt. Natürlich, die einheimischen Gehölzer sind auch daheim gut vorhanden und unterwegs und sind da resistenter und ja, exotische Pflanzen gehen in der Regel auch schneller zunichte. Man sollte auch darauf achten, denn es gibt auch gewisse Abhängigkeiten von, beispielsweise, wenn ich jetzt Äpfel oder Birnen habe, da muss man auch manchmal gucken, was man genau verwendet oder verwenden möchte. Also welche, was die Nachbarn beispielsweise haben, wenn die schon was haben und ob sich das verträgt mit dem, was ich vorhabe. Es gibt nämlich manche Sachen, die sich nicht so gut vertragen, die sich gegenseitig eher niedermachen und andere Sachen, die sich gegenseitig hochziehen und dass man da davon eben profitiert. Die einfachste Art und Weise, wie man einen Garten anlegt, ist der Rasen. Also um den Rasen anlegen zu können, braucht man generell, hat man da verschiedene Möglichkeiten, man kann den Rasen einsehen, Samen kaufen und die dann einsehen oder man kann natürlich, hier kostet das Saatgut irgendwie 12 Euro bis 20 Euro das Kilo, dann kann man das selbst einsehen. Ja, man kauft die Samen, säht das ein, muss da natürlich das eine oder andere beachten. Ich empfehle immer, wenn ihr euch das selbst machen wollt, also im Garten kann man viel selbst machen, ganz, ganz viel selbst machen. Natürlich muss man sich dann das eine oder andere an Handwerkszeug kaufen oder vielleicht auch ausleihen, ja, auch immer möglich. Das in einem örtlichen Bauhaus einfach mal auszuleihen. Geht immer, ja, Tagespauschale für die größeren Gerätschaften ist dann auch kein Thema, ja, also ist überschaubar, lieber ausleihen, anstatt irgendwie irgendwas zu kaufen für mehrere hundert Euro, lieber dann für kleines Budget ausleihen, einen Tag nutzen und dann wieder zurückgeben. Weil meistens ist es tatsächlich so, dass man es eben nicht lange nutzt. Oder halt Nachbarn fragen, etc. Aber es ist tatsächlich so, ich kann das natürlich selbst einsehen. Also relativ easy eigentlich, muss da ein paar Sachen beachten. Und da würde ich empfehlen, schaut auch bei YouTube ein, da gibt es ganz, ganz viele tolle Videos, wie man das macht. Sucht euch da jemand aus und schaut ein paar Videos vielleicht an und dann werdet ihr auch merken, hey, da habt ihr jetzt auf einmal deutlich mehr Ahnung, als ihr das davor hattet. Und ja, man kann es natürlich selbst einsehen oder man lässt das machen. Ja, dann kostet das Ganze irgendwie 300, 400 Euro mehr für 100 Quadratmeter, also so Größenordnung. Oder was man natürlich auch machen kann, ist ein Rollrasen zu kaufen. Also einen fertigen Rollrasen, den man dann einfach nur, ja, auslegt. Und für 100 Quadratmeter ist man da irgendwo bei, ich sage mal 700 bis 900 Euro. Ja, also für 100 Quadratmeter Rollrasen. Ich schmeiße es mit ein paar Zahlen um mich herum, dient einfach nur dazu, damit ihr einfach mal euch einen Überblick verschaffen könnt und euch einmal einen Überblick habt, was das Ganze denn kosten würde. Könnt ihr gerne einen Anschluss natürlich zurückspulen und euch die Folge nochmal anhören, an den Stellen, wo es interessant ist für euch. Und damit der Rasen sozusagen dann gut gedeihen kann, muss der natürlich bewässert werden. Und da empfehle ich immer einen Brunnen. Mit einem Brunnen habe ich immer die einfachste Möglichkeit zu bewässern, weil das natürlich kostenlos aus der Erde kommt. Und Anmeldung kostet irgendwie 30, 40 Euro bei der Gemeinde und schon kann man loslegen. Während wenn ich das natürlich von einem Hauswasser mache, das natürlich deutlich teurer wird, den ganzen Garten zu halten. Und ich kann auch ein intelligentes Brunnen-System schaffen, dass ich da natürlich auch eine automatische Bewässerung beispielsweise hinbekomme. Das funktioniert auch mit einem Brunnen. Und ja, nicht nur das Wasser ist natürlich wichtig, neben der Sonne, sondern natürlich auch ein guter Mutterboden. Und der Mutterboden ist die Basis des Gartens. Und die, also meistens hat man es ja so, man hat eine Rasenfläche und außerherum hat man dann irgendwelche Möglichkeiten für Blumen, Sträucher, Bäumchen oder auch Sachen, die, ja, also um Gemüse anzubauen oder Obst, um Gemüse anzubauen. Ja, sage ich jetzt mal. Ja, und das Schöne ist ja, dass man beim Mutterboden zum einen den selbst, also den eigenen Mutterboden nutzen kann. Das heißt, beim Aushub einfach mal darauf achtet, dass man den Mutterboden seitlich lagert und nicht abtransportiert und dafür auch nochmal Geld bezahlt. Ja, zum einen das. Zum anderen kann man da natürlich auch wieder die Nachbarschaft aktivieren und sagen, hey, ihr baut ja auch, wenn das jetzt ein Neubaugebiet ist, ihr baut ja auch, können wir was von eurem Mutterboden haben, wenn ihr das nicht braucht. Die sparen sich die Abfuhrkosten und ihr spart euch, den Mutterboden zu besorgen, denn der Mutterboden kostet natürlich auch Geld. Den gibt es nicht, den gibt es nicht umsonst und das ist natürlich eine ganz, ganz einfache Möglichkeit, ja, auf dem Mutterboden oder beim Kauf eines Mutterbodens zu sparen, denn, ja, die Spanne ist so irgendwie so zwischen 20 und 40 Euro pro Kubikmeter und, ja, muss nicht sein. Also man kriegt es auch so organisiert. Es gibt auch ganz viel über Kleinanzeigen oder, ja, Möglichkeiten, dann halt in der Umgebung anzufragen, ob der Mutterboden noch gebraucht wird. Der kann dann eben entweder, wenn es weiter weg ist, kann man es auch so ausmachen, habe ich auch schon erlebt, dass man ausgemacht hat, hey, den Mutterboden bitte seitlich lagern, macht ihr sowieso und ich darf dann, und dann macht man mit der Bauherrschaft aus, ich darf dann zwei Anhänger abholen oder Kubatur ausmachen oder, oder, oder. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man sich natürlich einigen kann. Dass man sagt, hey, ich brauche, weiß er sich, ich brauche drei Anhänger voll Mutterboden, kann ich das bei dir abholen? Und dann sagt er, ja, natürlich, mach einfach, ich habe sowieso genug, müsste den wegfahren, da sparst du mir die Entsorgungskosten. Ja, also das ist auf jeden Fall etwas, was sinnvoll ist. Ja, auf jeden Fall. Nachdem wir jetzt den Rollrasen haben oder den Rasen haben, kann ja auch ein Rollrasen sein oder ein normaler Rasen, und den Mutterboden haben, müssen wir uns natürlich auch ein bisschen überlegen, was wir dann außen hin machen. Ganz oft geht man hin und sagt, okay, wir wollen eine Hecke. Und das gilt auch für alle Pflanzen, also alle Bäume und Hecken und alles, was man anbaut, dann Gemüse. Je kleiner das Ganze ist, desto günstiger. Das Kleinste ist, dass du Samen kaufst und dann die Pflanzen selbst hochziehst. Das ist natürlich das Kleinste, das ist das Günstigste. Aber es dauert halt seine Zeit, bis da aus einem Samen ein Baum wird, ein Apfelbaum wird, der Früchte trägt, und es dauert seine Zeit, bis aus einem Samen eine Hecke wird, die auch Sichtschutz bietet. Und dann Hecken werden ganz oft für den Sichtschutz verwendet, gerade im Vorgarten ganz oft eben gemacht, dass man einfach hingeht und sagt, hey, ja, wir machen da einen Garten, einen Vorgarten mit einem Sichtschutz, dass man da einfach ein bisschen, also statt Zaun einfach eine dichte Hecke hat und das Ganze dann eben so macht. Und da muss man gucken, weil zum Beispiel Kirschlorbeer und Thuja, wenn ich mir mal die zwei rauspacke und sage, ja, die zwei vergleiche ich jetzt einmal, Kirschlorbeer kostet so, wenn das einen Meter hoch ist, 35 Euro Größenordnung. Ja, ganz grob, ganz grob. Wenn ich jetzt, also für den laufenden Meter, wenn ich jetzt 1,50 Meter haben will, also einen halben Meter höher das gehe, dann kostet das Ganze schon 100 Euro. Das heißt, ich habe da eine deutliche Steigerung des Preises, obwohl ich nur in Anführungsstrichen 50 Zentimeter Unterschied habe. Also kann ich tatsächlich hingehen und sagen, hey, ja, kann ich machen. Aber ich mache das jetzt beispielsweise erstmal mit vielleicht auch noch niedriger, also ganz frischen Hecken oder Thuja kann ich hingehen, kostet irgendwie 20 Euro pro Meter. Wenn ich 1,50 Meter gehe, dann irgendwo 30 Meter. Gut, der Preisunterschied ist nicht so krass, aber generell ist natürlich ein Thuja günstiger als ein Kirschlorbeer. So, mal generell gesagt. Und da kann man sich einfach überlegen und schauen, okay, was möchte ich denn tatsächlich haben? Und da auch bei Hacken tatsächlich die Sache, schaut da bei Kleinanzeigen rein. Es gibt immer wieder, wo man Sachen verschenkt. Und wenn ihr nicht unbedingt jetzt von einer bestimmten Sorte irgendwas haben wollt, was dann 30 Meter lang an der Grenze einheitlich sein soll, dann kann man sich da auch sowas zusammenwürfeln. Das muss natürlich so ein bisschen zueinander passen, aber da kann man auch ruhig und gut kreativ werden, meiner Meinung nach. Und dann kommen wir dazu, was mir besonders viel Spaß macht. Also ich muss dazu sagen, ich habe keinen grünen Daumen. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Ich habe alles andere als einen grünen Daumen, aber meine Frau hat auf jeden Fall einen grünen Daumen. Und die ist da total Fan von. Und was ich tatsächlich im Garten mache, ich mache das Rasenmähen. Das macht mir auch ein bisschen Spaß. Die Kinder helfen da immer mehr mit. Und das ist tatsächlich etwas, was einem Spaß macht. Obwohl es wird auch lästig, wenn man es immer wieder macht. Deswegen vielleicht auch der Rasenmäher-Roboter, der uns da Abhilfe schaffen kann. Aber wo ich immer mehr daran gefallen finde, ist beim Gemüseanbau. Also Tomaten, Gurken, Zucchinis, was haben wir noch im Garten? Auberginen. Das macht einfach Spaß zu sehen, wie das Ganze wächst. Und vor allem an die jeweiligen Sträucher hinzugehen und dann davon zu naschen. Vor allem bei Tomaten und Gurken ist es natürlich echt super, wenn du im Sommer dann draußen bist und dir dann was abschneidest und gleich mal vernaschen kannst. Das ist natürlich echt ganz, ganz toll. Und da verhält es sich natürlich genauso. Ich kann fertige Tomaten kaufen, die fertig sind, die ich nur noch einpflanzen muss. Die kosten natürlich deutlich mehr, als wenn ich mir eine Tomatensamen kaufe, wo ich für 10 bis 15 Pflanzen 2,50 Euro ausgebe. Oder wenn ich mir dann halt eben schon fertige Pflanzen, Pflanzen, also kleine Naschtomaten beispielsweise habe, die im Topf 18 Euro kosten. Ja, also drei Stück 18 Euro oder 15 Stück, 10 bis 15 Stück für 2,50 Euro ist das schon ein Unterschied. Und ich weiß, dass es da zum Beispiel relativ einfach ist, die Samen hochzuziehen. Und das macht besonders viel Spaß. Vor allem, wenn ihr Kinder habt, ist es natürlich eine tolle Möglichkeit, den Kindern auch zu zeigen, wie was hochwächst und wie was entsteht. Besonders interessant, besonders schön. Und schmeckt umso schöner und umso besser. Also von daher hier die totale Empfehlung, dahin zu gehen, dass man das selbst hochzieht und dann natürlich auch die, ja, alles miterlebt. Das ist alles überschaubar. Man muss natürlich damit rechtzeitig anfangen. Also jetzt ist man vielleicht schon so ein bisschen zu spät. Aber man kann es immer noch machen. Man kann auch jetzt im April auch noch die Pflanzen hochziehen. Meine Mutter macht es beispielsweise früher. Also es gibt auch verschiedene Pflanzen, die verschieden dann gesehen oder gezogen werden, ja, zu verschiedenen Zeiten. Manches bereits schon im Februar. Dann natürlich auch zu Hause alles wird es hochgezogen. Ja, und dann, wenn die gewisse Größe erreicht haben, müssen die umgepflanzt werden, umgepflanzt werden, bis die dann natürlich rauskommen, wenn die halt stabil sind. Genau. So, Obstbäume ist natürlich auch natürlich so etwas, wir haben von Bäumen allgemein gesprochen und da ist tatsächlich so, auch bei Obstbäumen gilt, je kleiner das Ganze, desto günstiger. Je größer ich den Baum kaufe, desto größer wird er. Aber auch hier gilt, hey, fragt rum. Also auch bei Samen, die gibt es auch ganz oft kostenlos von freundlichen Nachbarn. Da gibt es auch immer wieder Facebook-Gruppen oder WhatsApp-Gruppen, die von den Ortschaften, Gartenfreunde oder, oder, oder. Einfach Möglichkeiten, wie man sich da auch mit ganz, ganz kleinem Budget ausrüsten kann. Und natürlich, was im Garten nicht fehlen darf, sind auch gewisse Wege. Die müssen dann auch gepflastert werden. Die Wege können auf verschiedene Möglichkeiten oder mit verschiedenen Sachen gepflastert werden. Das kann Naturstein sein, das kann Bettung sein, das können Granitpflaster sein, das können Ökopflaster sein. Und da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, denn versiegelte Flächen müssen mit angegeben werden für die Entwässerung. Und für die Entwässerung bedeutet das natürlich auch, dass man da halt eben auch das Ganze insofern mitmacht, dass es für die Abwasser, also Regenabwässer, mit berücksichtigt wird. Habe ich ein Ökopflaster? Brauche ich das nicht. Habe ich da einen Naturstein oder einen Granitpflaster? Dann ist natürlich die Versiegelungsfläche hoch und das Wasser muss abgeleitet werden. Ja, und da ist es ganz unterschiedlich. Ich sage immer so 20 bis 30 Euro auf dem Quadratmeter sollte man da davon ausgehen, dass man das ausgibt. Und natürlich, wenn ich das selber machen kann, super. Dann kann ich das natürlich auch machen. Aber ich muss mir überlegen, wenn ich jetzt ganz simpel gerechnet 15 Meter langen Weg, 80 Zentimeter breit habe, dann kommt da schon einiges auch zusammen. Und dann bin ich auch bei größeren Flächen oder größeren Kosten, die ich mit berücksichtigen muss. Und das ist etwas einfach, da muss ich sagen, da muss man einfach ein bisschen sich rantasten und anschauen, was man denn da haben möchte. Und meiner Meinung nach ist ein schöner Garten auch immer eine sehr, sehr gute Möglichkeit, sich auszutoben und auszuprobieren und einfach mal tolle Momente zu erleben im Garten. Natürlich geht die Gartenplanung oder kann die Gartenplanung, die Gartengestaltung deutlich weitergehen und wir können damit Stunden füllen. Da gibt es auch schöne Garten-Podcasts. Vielleicht mache ich da auch mal ein Interview spontan beim Reden eingefallen. Das macht eigentlich Sinn, dass man sich da vielleicht vernetzt. Es gibt schöne Garten-Podcasts, die genau auf das Thema eingehen. Ich kann noch eine Grillstelle mit einbauen. Ich kann noch eine Chill-Ecke mit einbauen, wo ich schöne Sofas hinstellen kann. Ich kann ein Swimmingpool natürlich, eine Outdoor-Küche. Es gibt so viele tolle verschiedene Möglichkeiten. Also man kann draußen, kann man echt sehr viel Geld ausgeben und man muss es mögen. Also ich bin einer, ich sage, man muss es eigentlich simpel halten. Wir haben eine Rasenfläche, wo die Kinder ein bisschen toben können, spielen können. Wir haben eine Pflasterfläche, wo die Kinder ein bisschen mit Kreide malen können. Und wir haben eben auch Gemüse angebaut, was dann uns selbst zugutekommt und schmeckt und muss auch entsprechend gepflegt werden. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ja, von daher, das war der Überblick zu dem Garten. Und wenn du eine spezielle Frage hast zu dem Garten, schreib mir das gerne. Vielleicht mache ich das, ich muss tatsächlich jetzt machen, das mache ich jetzt gleich im Anschluss, dass ich da ein paar Podcaster, was den Garten-Podcast anbelangt, kontaktiere und mit denen vielleicht ein paar Podcast-Folgen aufnehme. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und wenn du eine Frage hast, dann schick sie mir gerne entweder über Instagram at bauherr-werden oder eine E-Mail info at bauherr-werden.de. Dann kann ich die Fragen mit berücksichtigen, mit verarbeiten in den Interviews und du profitierst davon auch. In diesem Sinne bedanke ich mich dafür, dass du mir zugehört hast. Wenn du einen Architekten suchst, dann schreib mir auch gerne natürlich an info at bauherr-werden.de. Dann kommen wir ins Gespräch, kommen in Kontakt und können vielleicht gemeinsam dein Traumhaus verwirklichen. In diesem Sinne bedanke ich mich für dein Zuhören. Ich wünsche dir nur das Allerbeste bei deinem Projekt Eigenheim und immer dran denken, um bauherr zu werden. Schau rein. Bei bauherr-werden. Ciao. Dein Max.